Willkommen zurück und... ja, willkommen zurück eigentlich nur. Jetzt machen wir hier mal einen auf Temple Run. Obwohl, dann hätte ich mir für den Bonus Level auch sparen müssen. Ah, verdammt. Egal. Okay. Okay, das Tolle ist, wir müssen uns ja nicht so, naja, nicht wirklich beeilen. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Okay. Hehe. Schlange ins Gesicht getreten. Schatz, du hast mal, das wäre eine Krabbe. Habe ich nicht... Hui, das war knapp. Puh. Oh. Jetzt bräuchte ich ein Checkpoint, bevor ich sterbe. Hui. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Ach, da vorne. Ja, klar. Ja, ähm... Sesam öffne ich wohl schon sagen. Ach, ne, den krieg ich gar nicht mehr, ne? Da kann ich auch direkt sterben. Ups. Das war jetzt ungewollt. Okay, ich sollte anfangen, zweimal den Knopf zu drücken. So, komm, Mason, das kriegst du diesmal hin. Bumm, Junge. So, geh doch. Na toll, das hab ich jetzt echt nicht kommen sehen. Wenigstens ein Leben gekriegt. Ja, Donald, sei noch nicht sauer. Meine Güte. Sag mir, ich, dass der... Oh, Gott sei Dank. Ach, schmier ich da direkt vor diesem... Ich muss sagen... Für die Art und Weise, wie ich spiele, hab ich ziemlich viel Glück. Aha. Ach, wie immer, man kann nicht immer alles haben. Pff. Und scheiß, nicht mal berührt, ne? Aber... So beeige ich mich eigentlich. Okay, jetzt sollte ich mich wirklich beeilen. Hallo. Puh, das war knapp. Ich hab's noch geschafft. Ja. Und wisst ihr, wieso ich es geschafft habe? Weil ich mehr als ein Redis bin. Ach, scheißegal, ob der Wichse vor dem Ausgang war. Ich habe es durch. Obwohl, ne, durch habe ich es nicht, aber ich habe den ersten Level geschafft. Yay, me. Ähm, was ich sagen wollte, ist... Äh, hier werde ich es aber anders machen. Ähm, wenn ich die vier Level fertig habe, werde ich nicht den Boss machen, sondern das Bonus-Level. Und danach mache ich die Zeit und dann erst den Boss, damit ich quasi wirklich mit der Endsequenz es auch beende. Kapisch? Ich hoffe, ja. Das heißt, ich werde wohl im neuen Kostüm gegen den End-Boss kämpfen. Nice. Ah, Gott, der Level sieht schon scheiße aus hier. Ich muss sagen, was zur... War das ein Krokodil mit... Ach, egal. Ich habe doch meinen Dingser gekriegt. Ja, habe ich. Energy Drink. Moment, ich habe doch echt... Stimmt, ich hatte eben einen Energy Drink gekriegt. Wieso bin ich immer noch sauer? Ver-Fickte Hunde-Kacke. Ja, ich glaube, da gibt es wirklich keinen besseren Weg dran vorbei. Ui. Aber nur Krabby Mood. Obwohl, das war auch keine Krabbe eigentlich. Cool, ich habe das Ding gekriegt direkt und er hat nicht blöd rumgetanzt. Was will man mehr vom Leben? Das war auch knapp. Toll. Fische entkommen, aber dann hingefallen, ey. Ernsthaft, ich sollte mir jetzt eigentlich Zeit nehmen, weil jetzt habe ich die Zeit zum Zeitnehmen. Oh, Gott, nein. Oh, jetzt kenne ich die Stille wieder. Oh, ich erinnere mich. Es gibt nichts Schlimmeres als böse Kindheitserinnerungen von einem Spiel, das einen wahnsinnig gemacht haben. Äh, die einen wahnsinnig gemacht haben. Aha, so war das also. Ja, irgendwie bin ich damals nie drauf gekommen. Ich habe ihn immer aufs Versegen getötet. Oh, Mason, du bist ja immer besser. Du bist so ein Gott, Mason. Da die Energiekugel. Ich habe mich übrigens, wie der Fisch eigentlich in diesem Lava-Ding schwimmt. Obwohl, die Frage ist eigentlich sinnlos mittlerweile. Das war gerade auch sehr sinnlos. Ich habe ihn... Aber Hauptsache, er ist noch gestorben, hat mir irgendwie noch seinen Dorn im Arsch gesteckt, der Wichser. Das macht nichts, denn da vorne ist mein Drink. Dieses Krokodil mit einem Speer, ey. Das macht sowas von... Nichts macht hier Sinn. Wisst ihr, wie das Spiel... Moment mal, ich bin doppelt gesprungen mit einem Sprung. Okay. Also, das Spiel will wirklich nicht, dass ich über 40 Leben habe. So wäre ich dann der Erste, wenn ich über 40 Leben bin, oder? Nach Regeln. Aha. Yeah. Oh nein. Das war knapp. Das war echt knapp. Puh. Ich darf nicht so ein Wichser sein. So. BAM! Geht doch. Oh ja. Tja, noch 2 plus 1, 3 Level. Naja, bis zum... Bis zur Halbzeit, ne? Und jetzt kommen wir übrigens das Sidescrolling-Level. Die finde ich eigentlich gut. The Nephew's Monkey Way. Äh, Murky Way. Ich dachte doch, diese Neffen sind irgendwie gar nicht gut. Ich habe mich um sie gekümmert, sie bei mir aufgenommen. Was ist der Dank? Sie versperren mir den Weg und... Haben... Kack-Level. Oh nein! Verdammt! Ist das überhaupt Donald Duckertrappen? Wann habe ich das falsch gesehen jetzt? Ui, das war nice. Ui. Scooty so unnötig. Ich frage mich einfach mal... Ich... Ich frage mich einfach, ob man Text berühren muss. Ah, verdammte Scheiße, muss ich wieder runterspringen. Oh, scheiße, das Spiel will nicht, dass ich über 40 Leben habe, ne? We-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Geh doch. Dafür musste ich einmal sterben. Yay, ein Leben Wieso hast du das Gefühl, dass ich hier sehr oft sterben werde? Ui, ein Leben Oh, ich werde hier sehr oft sterben Ui, das war ganz mal so schlecht Und wenn ich jetzt gleich sterbe, weil ich aus Versehen irgendwas berühre, dann raste ich aus und verprügeln jemanden Okay, wie ich sehe, ist da das Fluch So asozial Oh, Gott sei Dank, ein Checkpoint Das war lustig, muss ich sagen Ein echt lustiger Zufall Ja, ich hab's ja eben gesehen So, jetzt hab ich alle drei Ist ja gut, Junge Okay, ich muss den Kack da kriegen Level-Designer waren richtige Arschlöcher für dieses Level Was zur Hölle, hab ich's böse angeguckt oder was los? Sag ich, die Level-Designer waren echt fiese Arschlöcher Toll, jetzt hab ich's nicht gekriegt Jetzt darf ich wieder zurücklaufen So Jetzt warten wir mal, bis das Ding ganz regeneriert ist, ne? Die wollen mich doch verarschen Ja, würde ich auch meinen Hut wegschmeißen So haben die sich irgendwo anders hingetan Wo es noch schwieriger zu erreichen ist Oho, das war super knapp eigentlich Achso, dann darf ich nicht runter, gut Was soll das überhaupt sein, so irgendwie Gold Muss ich jetzt das Ding nochmal holen? Noch mein Internet wieder, deswegen Gut Muss ich eigentlich das Ding nochmal holen? Ich mein jetzt diese Energie-Dingens Werden wir wohl gleich sehen Ne, doch nicht Oh, ist ja gut Ohne Scheiß, ey Scheißhut, ey Ich kann nur, dass Donald Norton gepisst ist Jetzt wär's noch, wenn, äh, das Ding, Propeller-Ding mich umbringt, ey Oh, noch ein Ding, dann krieg ich ein Level ab Jo Freut man sich so doll auf seine Über 40 Leben und dann hat man unter 40 Ach, wenigstens zwei Level noch, ey Ja, ja, ja Wie, Asian Enchi-Shin Faith Enchi, ey, Aschi Ja, genau Aha Okay, die haben also diese Faust-Dinger Ich kann schon sehen, wie nervig diese Dinger bei Oh Beim, ähm Zeitdingens, äh, werden Sein werden Ui Schön wär's, wenn, äh, ich wirklich so Riecht und sterb, ich werde, ich auch die Lava umgehen kann Oh, nein Ah, zurück Donal, es gibt nichts zum Tanzen Ernsthaft Checker-Pointe Plattform Achso, ich seh's Wir haben natürlich die solidesten Das sind das Brücken der Welt, die in der Luft schweben Das war jetzt lustig Noch ein Checkpoint erreicht Puh Mh, Milchshake Donald Happy Ja Mason, Mason, Mason Wann lernst du's? Wann lernst du's? Allerdings, äh, bin ich sehr verwundert Was verfolgt uns? Da das so ein Indiana Jones-Rip-Off ist Nehme ich an Ein riesiger Fels Fuck yourself Ja, hör auf zu tanzen War schon der zweite, okay Eins fehlt noch Uh, direkt Checkpoint Leben Gratis Leben Ach, verheckler Das war lustig allerdings, fand ich jetzt Mh, tot Von der Plattformer Okay, da ist unser Flugzeug Nein, tanzt nicht Donald Oh Wenn er tanzt, bin ich Ja, super Super toll, Donald Spastier Bin ja dadurch, ich habe mein Flugzeug tanzt Durch mein Spielzeug Für meinen Kagnettentanz Da auf die Zeit zu machen Wird auf jeden Fall nervig sein Die enden einfach nicht Oh Gott, die Musik wieder vom Vorhang fangen Hm, okay Wollen wir noch mal Na, gut Wollt ihr noch mal am Ende Anscheinend ja Gott, noch Schubidubidu Komm Ein Level noch Mädels Jungen So Jetzt Piss dich Ja, schön Piss dich, wie gesagt Head Alley Aha Okay Ich befürchte Schlimmes Obwohl, wahrscheinlich Ich wette, es ist ein Felsen, der uns verfolgt Ich meine, das ist ein Gniano Jones Revolve Okay, oder Ein Fass Oder ist das eine Bongo-Drommel Hm, natürlich Ach, kommt schon ernsthaft jetzt Eigentlich, um ehrlich zu sein Das ist der einzige Gegenstand Wo man einfach Drüberspringen könnte Also während der auf mich zurollt Einfach drüberspringen Und ja, dann Boah, das ist echt Voll die asoziale Art Das ist ein scheiß Leap of Fate, ey Ja, Gott sei Dank Muss man den Scheiß hier Nicht auf Zeit machen Schein hat ein Designer Noch ein bisschen Herz Das Ding ist ja schon Mir direkt am Arsch Ha, das passiert also Lol Bin ich also in die Kamera geflogen Pfff Man kann's ja mal versuchen Hätte ja sein können, dass es klappt Das ist mieses Ich bin nicht mal bis zum ersten Checkpoint gekommen Okay, ein Leben Juhu 20 verloren Eins gekriegt Ha, ha, ha Ah, da ist mein erster Checkpoint Juhu Ist irgendwie nix, dass das Ding hier zurückhält Also irgendwie aufhält Schaut immer noch, die Fallen für die Hand waren am besten bis jetzt Oh Mann, oh Mann, wo kommt der denn her? Ui, ist aber weit hinten Ich weiß nur für wie lang Ja, gar nicht lang Natürlich nicht Müsste das Ding nicht in die Lava Ach, egal Exakt hier noch Sinn zu suchen ist Sinnlos Ich bin stolz, dass ich das hingekriegt habe Huch Okay Scheiß drauf Ist nur ein nächster Checkpoint Oh, Gott sei Dank Das war lustig Muss ich zugeben War lustig Das war jetzt echt knapp Ah, fuck it will do, ey Hätte ich was hingekriegt Muss ich noch dein scheiß Hut schmeißen Oh, da ist ein Riesige Verdammte Bongo-Trommel Die verflucht ist Und mich Irgendwie verfolgt Aber hey Ich schmeiß noch meinen Hut auf den Boden Ich verstehe jetzt den Andertäker Wieso er so angepisst ist Ach ja Oh, schon wieder ein Checkpoint Okay, daher geht's entlang Ist ja gut Nein, Bongo-Trommel Verpiss dich Okay, was hat jetzt die Bongo-Trommel Ein paar Mal aufgehalten Ich hab keine Ahnung Wieso Wie kommt die überhaupt hier rüber Verstehe ich immer noch nicht Und wozu lässt dieser Kack ausgaben Achso, das stoppt sie dann Sinnlos Aber naja Jetzt kommt glaube ich Der nervigste Teil Für den Kack die Zeit machen So, dann sehen wir uns das nächste Mal Wenn ich Für den Kack die Zeit mache Ach Gott Bis dann vom Hausen Tschau